Willkommen zurück bei mir mit Mario und wir machen heute die wilde Wasserwerft, oh mein Gott ja, beginnen wir jetzt einfach mal mit dem ersten Stern und zwar ist das der Enderbosers U-Boot-Stern, meine Güte ich hab die Aufnahme jetzt nicht Moment so, äh ja erstmal vorwärts kommt, ne was ist jetzt äh, hä, ah, ok, 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 ok äh, ich hab's nicht geschafft an dem Abend fertig zu bekommen, ja äh, ja egal, ne, machen wir es jetzt einfach so über die Tage aber ich werd's noch viel genug schaffen ähm na so, ja, was soll ich sagen ähm ich habe es geschafft, mein LoL total zu crashen ähm, es hat, es ist, äh, totale Marsch, ich darf das schon zweimal neu installieren ich hoffe, ihr nachgeht es, weil, ich hab keine Ahnung, woran es liegt ich glaube, ich lag an den Custom-Skins, auf einmal war mein ganzer Bildschirm gelb und weiß ich was ähm, bin ich jetzt hier richtig? ich jard Viol specify so äh, was muss ich auch machen? genau Atol dazu müssen wir uns erstmal an, an Land gehen mh, mh wir sehen schon die roten Münzen, die werden hier geentert was sie werden hier geentert ähm, ich muss mal gucken, wie war das jetzt hier das müsste hier aber sein Der Stern ist... Ja, da. Wir müssen jetzt hier einfach nur den Block aktivieren, rüberjumpen und haben was dann. Gucken wir mal, ob es so einfach ist. Ja, doch ist... Ja, für mich doch etwas knapp, aber... Reicht, ne? Also unser Stern. Äh, entweder das... Bozo, wo du's ready to take, ey? Danke. Schön. Ne, nicht schön. Äh, ja, egal, danke für den Stern und so, ne? Ja, das ging ja fett schnell, ähm... Ja, einfach, äh... Nächsten Stern, was dat denn hier? Ach so, richtig. Es gibt Witz, woher? Ach, shit. Ah, egal. Öffne die Truhen. Fangen wir mal an. Äh, zuerst müssen wir die neben der Muschel öffnen. Äh, wo ist denn die? Bei der Muschel, da. Und da. Und da. Ja, dann kommt der Hai dann. Ne, erstmal die Muschel. Ähm... Na, weiß gar nicht, dann... Ich glaube, die hier. Ist das richtig? Yeah. Äh, ich glaube, die in der Mitte zum Schluss. Oder war hier noch eine? Hier war, glaube ich, noch eine. Ja, ich glaube, die kommt jetzt dran und... Komm. Ja, ja, und jetzt hier in der Mitte. Ja, ich will aber nicht rein. Ja, ich will jetzt... Okay, 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 okay. Ah, was ist das denn jetzt schon wieder, Alter? Schon wieder so ein weißer Bildschirm? Rägt mich noch so ein bisschen auf, ey. So. Äh, ja. Machen wir einfach mal fett weiter. So. Ähm. No. Hm, ja. Äh. Ne. Wir können die, glaube ich, noch gar nicht machen. Soweit ich das weiß. Ähm. Ich glaube, wir müssen erstmal Bowser besiegen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Dass wir Bowser besiegen müssen. Und zwar ist der... Auch. Ich müsste... Ich meine, wir müssen jetzt einfach davor reinjumpen und den Bowser machen. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ähm. Ja, ich glaube. Das ist es. War es so richtig? Ich weiß es einfach nicht mehr. Jo. Erst den Bowser machen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin jetzt hier blind drin. Also, ich weiß. Ich habe nicht. Keine Ahnung mehr, wie das geht. Guck mal, ob ich das schaffe. Und das machen ab. Jo. Und sterben gleich dann. Not. Aber... Oh. 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 Alter. Fail. Zum Glück nur jetzt einfach mal das ab. Und dann wird es schon nichts passieren. Chip. So. Das hat noch besser geklappt. Ähm. Jo. Muss ich jetzt sagen. So schwer sieht es jetzt noch nicht aus, obwohl ich am Anfang abgefangen habe bin. So, ich glaube, die kommen jetzt gleich hoch. Ja, genau. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt... Äh. Doch. Das ist erst mal die Münze. Wir versuchen jetzt einfach, diese roten Münze schon mal einzusammeln. Wird bestimmt ein schwieriges Stück, weil ich überhaupt nicht weiß, wo die alle sind. Ähm. Okay, das ist die zweite. Seht ich von hier. Ähm. Ja, gucken wir mal an. Junge. Das war knapp. Okay. Guck mal, was in dieser Box drin ist. Wir müssen mal nie. I need money, 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 money. Money, money, money. Na, 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 na. Näh. Wie soll ich den denn holen? Ich guck mal. Okay. Achso. Okay, da war kein Ding. Ich glaube. Ich glaube. Nee, oder? Okay, jetzt. Ah, ich muss hier runter. Genau, da muss ich ihn mir holen. Ja, ich will jetzt runter. Jetzt wieder runter. Genau. Das ist hier ein bisschen unübersichtlich, aber ich habe mal schauen. So, sieht alles noch sehr, sehr elegant aus. Sind noch nicht gestorben, wundersamerweise. Okay, doch, das erste Mal. Aber wir gucken mal einfach, wie das jetzt weiter läuft. Wenn es so weiter geht, dann freut mich das. Ich habe eben schon gesehen, warum ist irgendwas mit Lava wieder. Ähm, okay. Boah. Wir wollen natürlich weiter. Wo ist denn die andere rote Münze? Okay, das fährt so weiter. Können wir mal langer da drüber. Oh, ist das eine Mütze? Nee, ist das nicht. Hier kann man meiner Meinung nach einfach hochlaufen. What? Nein. Ist das Lava? Ist das Lava? Oh, nein. Fuck, Alter. Mann, da sieht man einfach nichts. Okay. 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 Alter. Okay, hier baue ich einen auf jetzt. Wunderbar. Und die rote Münze. Hallo. Na? Na, du? Hier geht's ja. Ist das eine rote Münze? Nö. Also, brauchen wir mal nicht langen gehen. Aber hier müssen wir langen gehen. Oh, läuft ja jetzt beim zweiten Anlauf schon relativ, ne? Was passiert denn jetzt? Okay. Haben wir mal schon wieder ein paar Live-Abs geholt. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Fünf. Okay. Das Gefühl, hier ist gleich die sechste und die siebte. Ja, ich bin hier schon am Punkt. Ja, sechste. Neun. Okay. Sechs haben wir. Siebte und achte müssen hier noch irgendwo rumlungern. Ah, okay. Ich glaube, ich habe gerade die... Sie siebte und die... Ach, äh, ja. Das wird eklig. Ah! Ah! Meine Fresse. So. Okay, ne, nur die siebte. Okay, müsste die achte da aber auch irgendwo noch stecken. Dann nochmal gleich mal. Ein fetten. No way! Ja, nein, nein, nein. Rüber, rüber, rüber. Ja, ich würde sagen, das war ein knappes Ding, ne? Und jetzt... Alter, alter. Alter Falter. Mann, 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 Mann. Ich glaube, ich habe da gerade die letzte Rote mitzusehen. Habe ich sie nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Oh, nein, 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 nein. Oh, alter Schwede. Wenn das hochkommt, jetzt. Jetzt aber rüber. Alter, Mann, 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 Mann. Ich mache es hier echt spannend. Kann ich schon rüber springen? Ja, aber es wäre zufällig. Was hier gemacht ist, einfach so. Ja! Au, wie soll ich da denn hochkommen? Okay. Wieder eine Herausforderung. Oh, leckt mich am Arsch. Okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Warte mal. Konnte ich da nicht einen Walljump machen? Ja. Ich glaube, ich kann da Walljumps machen. Okay, ich versuche es einfach mal mit einem Dreiersprung. Ich glaube, ich muss einen Dreiersprung machen. Ja, sieht ganz so aus. Walljump. Nee. Komm schon. Ich muss dich verarschen. Okay, Mario, das ist jetzt eine Verarschung. Warte, ich muss noch ein bisschen höher springen. Funktioniert nicht, ne? Also, ich habe da so meine Bedenken. Moment. Ich verstehe halt nicht. Warte mal. Vielleicht mit dem Dreiersprung einfach hier hochjumpen. Moment. Nee, jetzt reicht's. Ich muss das irgendwie anders versuchen. Nee, das ist irgendwie ein bisschen tricky gerade. Alter, jetzt fühle ich mich wie auf Arsch, dass ich hier nicht rüberkomme. Jo, die erste Aufnahme, zweite ist gleich vorbei. Egal, ich will das jetzt hier durchrutschaffen. Egal, ich will das nochmal. Okay, hab nicht gefungst. Jetzt kann ich... Äh, jo, ne? Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich hin muss. Oder wo ich lang muss, damit ich da locker da hochkomme. Vielleicht. Ah, ah, ah. Ah, ah. Okay. Das könnte möglich sein. Ja. Ich tige. Ah. 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 Jetzt springen wir rüber. Richtig fest und jump. Nein. Oh, Alter. Ich brauche hier noch ein bisschen. Nein. Das war's nicht. Muss ganz oben sein. Und dann einfach rüberjumpen. Jetzt komm, ich rüberjump. Ja, so. Jetzt ganz ruhig hier. Ganz ruhig, Mario. Jawohl. Jetzt haben wir schon acht. Dann gehen wir ganz geschmeidig rüber jetzt. Jawohl, unser roter Münzenstern in Bowsers zweiten Gebiet, sag ich jetzt mal, Gebiet. Und das war unser erster Part. Äh, der zweite Part ist einfach nur Bowser bekloppen. Jetzt bin ich schon ein bisschen riskanter hier. Seht ihr das schon, ne? So, ich springe noch rein und dann ist das der zweite Part auch gewesen. So, bis gleich. Und willkommen zurück bei Bowser. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-da. Da-da. Da-da. Oh, 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 oh. Junge. Er ist ja auch ein bisschen riskant, du, der Bowser, ne? Springt er so einfach rauf? Denkst du, das hat mich jetzt beeindruckt oder so? Ich weiß es nicht. Spuck Feuer. Spuck Feuer. Spuck Feuer, Mann. Hä? Spuck eigentlich Feuer, du scheiß Schwast. Oh. Ah, das war Trick, oder? Boom. Juhu. Besiegt. Juhu. Juhu. Boom. Wow, ich hab ihn vergraben, blablabla, betont. Ja, Mann. Ja, Mann. Digga. Unser Bosski. Pam, pam. Ging er flott, du. Können wir gleich Bowser's Wasserwerk weiter machen. Bowser's Lavasee. Gratulation. Sehr schön. Alle verloren stehen, sag ich hier nochmal an, dass ich die in dem letzten Part sage. Bevor ich 120 kriege, mach ich die alle 100 Münzen Sterne. Ego. Juhu.